Nein, wir lassen euch Platz. And remember, to abuse our children is to abuse our future. I wish you every success in your important work at this Congress. The events of the last week in Belgium have reminded us of how pervasive is this international trade in children. And we are rightly shocked by what has happened in that country. But we predict that we will be shocked also by similar events in other countries, which we have just dimly begun to perceive in our explorations. We've always known that this problem was everywhere. And I've lost count of the number of times I've said, hey, look outside your own front door. The problem is there too. It's not an Asian problem. It's not a South American problem. It's absolutely everywhere. And this terrible thing in Belgium has brought that lesson home to everyone, I think. of the past. It's not a single question. It's not a single question. It will be a single question. It's not a single question. It will be a single question. I think that if we can't wait to see these questions, we can't wait to see them as a other way. dieser scheußlichen und miesen Dinge angelangt, zu einer besseren Zusammenarbeit kommen. In Russlavia und in Rumänien, die kleine Mädchen von 12 Jahren, arbeiten für die Brüder. Ich war ein Kind, nicht wirklich, aber ich hatte meine Mutter bis ich 16 Jahre alt, weil ich dachte, dass es etwas zu sein, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ich dachte, dass ich etwas falsch gemacht habe. Ich habe absolut nichts falsch gemacht. Ich habe das Gefühl, dass die Brüder von einem Kind, dass sie die Brüder sind, dass sie die Brüder sind, dass sie die Brüder sind. Und es ist nicht sie, dass sie die Brüder sind. Wir müssen ihnen das erzählen. Ich habe das Gefühl, dass sie die Brüder sind, dass sie die Brüder sind, dass sie die Brüder sind.